Es ist rot und voller Ratten. Entschuldigen Sie. Können Sie mir sagen, wo es ein Kaufhaus in der Nähe gibt? Ja, gerne. Sie müssen einfach diese Straße entlanglaufen. Nach drei Straßen steht ein Kaufhaus dem Rathaus gegenüber. Dankeschön. Das war sehr hilfreich. Entschuldigen Sie. Ich suche die Post. Können Sie mir den Weg beschreiben? Hm. Ich bin auch fremd hier. Vielleicht kann der Herr Ihnen helfen. Danke. Entschuldigen Sie, mein Herr. Ja, bitte. Können Sie mir den Weg zur Post beschreiben? Das kann ich. Sehen Sie den Biergarten da drüben? Ja, den sehe ich. Biegen Sie an diese Straße nach rechts ab. Dann folgen Sie der Donaustraße bis zur Hauptstraße. Wenn die Hauptstraße die Brandneustraße trifft, ist die Post auf der linken Seite. Entschuldigen Sie. Wissen Sie, wie ich zur Siegessäule komme? Nehmen Sie Buslinie 100 bis zur Haltestelle Zoologischer Garten. Dann laufen Sie nach Südwesten. Sie ist nicht zu übersehen. Hilfe! Wo ist das nächste Krankenhaus? Drei Straßen nördlich von hier. Wie komme ich zur Jugendherberge? Sie ist in der Steinstraße. Gehen Sie diese Straße entlang bis zur Kreuzung mit der Ampel. Dann gehen Sie nach links. Dann laufen Sie immer weiter geradeaus, bis Sie zum Bahnhof kommen. Nehmen Sie danach die U2 zur Stadtmitte. Dort steht die Jugendherberge auf der linken Seite der Straße. Können Sie mir beschreiben, wo das Rote Rathaus ist? Wissen Sie, wo der Fernsehturm ist? Ist das das große Gebäude mit dem Fußball auf einem Spieß? Ja, neben dem Alexanderplatz Bahnhof. Wenn man in Richtung Nikolaikirche läuft, kann man das Rote Rathaus schon sehen. Und wie erkenne ich das Rote Rathaus? Es ist rot und voller Ratten. Aha. Ich glaube, es heißt Rathaus, denn sie erteilen Rat. Da kommen zwölf auf ein Dutzend. Danke, dass Sie mit meinem Deutsch lernen lernen. Wenn Sie Ihre Deutsch-Lehrung zu dem nächsten Level nehmen wollen, abonnieren Sie zu diesem Kanal und bekommen zwei Videos jede Woche von mir. Wenn Sie diesen Kanal auf Patreon unterstützen, können Sie auch eine Kopie des Skriptes für jedes Video, die ich verabschiede, mit einer Arbeitsplätze und einer Antwortkarte. Wenn Sie gerade lernen lernen, check out my German for beginners playlist here on the left. If you've been learning German for a while, but you're still looking to learn more, check out my intermediate playlist on the right. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.